Was ist wichtig, dass man Kinder impfen lässt, einfach deswegen, weil man die Impfung grundsätzlich vor dem Einsetzen, vor sexuellen Kontakten durchführen soll. Und das hängt natürlich von verschiedenen Kulturkreisen ab. In einigen Ländern wird man sehr früh sinnvollerweise impfen können, in anderen kann man durchaus etwas länger warten. Also für Deutschland würde ich empfehlen zwischen 9 und 14 Jahren und ich kann eigentlich auch der Zentralen Impfkommission empfehlen, dass sie durchaus frühere Altersstufen mit in Betracht zieht.